ja mittelleute der 25 oktober 2019 ja derjenige hat eine lebendfalle in der schanze aufgestellt und darin war eine ratte ja die haben sich damals wohl gefühlt dann im jahr 2021 die staatsanwaltschaft legt berufung ein wegen dem prozess vom 21 10 21 wo er zu zwei jahren verurteilt worden ist die staatsanwaltschaft wollte eine härtere strafe ja was daraus leider geworden ist wissen wir ja also mittel auf leute